Hallo da draußen, hier sind wir wieder vom Chromatix Playground Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier sind Ron, Nora und Sörn ist auch wieder mit dabei, unser Mann aus Köln. Wir haben zurzeit eine Kooperation laufen mit Neue Narrative, das besondere Wirtschaftsmagazin. Wir schätzen das schon eine ganze Weile und konsumieren eigentlich jedes Magazin. Es inspiriert uns in vielen Projekten, wo wir in Unternehmen hineingehen. Und die Neue Narrative hat ein New Work Klosar, was ich euch auch sehr ans Herz legen möchte. Und in diesem New Work Klosar haben wir eine Patenschaft übernommen für einen Begriff, der uns am Herzen liegt. Und dieser Begriff ist Purpose. Man könnte es fast glauben. Ja, und wir wollen heute mal über Purpose sprechen, weil wir glauben, es ist mal Zeit, diesen Begriff ein bisschen einzuordnen. Zu überlegen, welche Bedeutung hat er für unsere Arbeit, aber natürlich für jedes Unternehmen da draußen. Und ja, wie kann man denn Purpose entwickeln oder freilegen und was macht man eigentlich mit dem ganzen Thema? Hallo, herzlich willkommen bei unserer Sendung. Nora, erste Frage über den Tisch zu dir. Gib uns mal so ein bisschen eine Einordnung in das Thema Purpose. Warum sagst du, sagen wir, ist das gerade wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Also erstmal vielleicht eine Übersetzung für Purpose. Das bedeutet ja im Endeffekt Sinn und Zweck. Also die Antwort auf das große Warum. Warum ist man da? Warum existiert man? Die Daseinsberechtigung. Genau. Und gerade bei Unternehmen kann man sich ja die Frage in der letzten Zeit sehr, sehr häufig stellen. Warum ist man da? Also eine Unternehmung, die nur des Selbstzweges da ist, ist ja vielleicht auch für uns und für den Planeten schwierig. Genau. Also das ist das große Thema. Sinn und Zweck. Und ja, warum ist das gerade so ein großes Thema? Gibt es viele verschiedene Faktoren. Unter anderem ist es so, dass wir Menschen uns jetzt momentan einer sehr, sehr komplexen Welt und Sachlage gegenüberstehen. Und da kann man sich schon mal sehr klein und ja, nicht wirksam fühlen und den ganzen Sachen ausgesetzt. Und da kann natürlich so ein Thema Sinn und Zweck oder für etwas Gutes einzustehen, für ein Unternehmen zu arbeiten, wo es vorangeht oder was eine wichtige Aufgabe hat, kann da sehr, sehr helfen. Und wir merken das vor allem auch in der Arbeit mit eher jüngeren Leuten, dass die den Purpose auch immer mehr in den Mittelpunkt stellen. Also früher ist man häufig einfach auf Arbeit gegangen und war froh, wenn man einen Job hatte. Also gerade hier im Osten war in den 90er Jahren das ein riesengroßes Thema, das weiß ich auch, das Damoklesschwert der Arbeitslosigkeit. Und man war froh, wenn man mitarbeiten konnte. Aber da ging es noch nicht darum, an was man mitgearbeitet hat, sondern man konnte mitarbeiten. Und mittlerweile ist es aber so, und ich finde das zu Recht und ich finde das auch richtig gut, dass junge Leute sich das aussuchen können und sich genau überlegen, an was wollen sie denn mitarbeiten und was ist denn eigentlich sinnvoll für diese Welt und was nicht. Und Unternehmen, die das sehr klar herausstellen, die haben da natürlich einen Wettbewerbsvorteil, die das nach außen kommunizieren, da geht man lieber hin. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Und woher kommt das Ganze? Naja, weil wir unser Leben ja heutzutage, das hatte ich auch schon öfter mal in anderen Podcasts erzählt, so individuell zusammenbasteln. Also wir können uns überlegen, wollen wir vegan leben, wollen wir unsere Kinder bedürfnisorientiert erziehen oder ja, wie stehen wir zu KI? Ist das gut oder ist das schlecht? All das müssen wir, die Antworten müssen wir selber finden. In uns, genau. Genau. Und wenn aber mir ein Unternehmen sagt, hey, komm zu uns, also so ganz offensiv, weil wir haben das und das vor und das ist gut, weil, das ist ja Purpose-Kommunikation letztendlich, dann hilft man den Leuten, die Entscheidung schneller zu treffen und dann folgen die in der Regel auch, wenn es denen wichtig ist. Und deswegen ist das ein riesen Zeitgeist-Thema. Und ich finde jetzt gerade, jetzt ganz aktuell mit der geopolitischen Lage nochmal und dass man oft so das Gefühl hat, man ist so entfremdet in dieser Welt, spielt das eigentlich nochmal eine größere Rolle? Also super, ich fasse nochmal so zusammen. Purpose gibt den Menschen ein Weil und diese Menschen, das können sowohl Kunden sein, die sich dann eben für ein Unternehmen entscheiden und sagen, die Produkte und Leistung finde ich cool oder das finde ich unterstützenswert und ich entscheide mich eben bewusst für dieses Unternehmen und nicht für einen Wettbewerber. Und eben genauso für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die dann sagen, in dem Unternehmen gebe ich voll Gas, ich bin irgendwie angezogen von dieser übergeordneten Idee, von diesem Purpose, von diesem Leitstern und wirke damit, weil das irgendwas mit mir macht, weil ich das Gefühl habe, dass das richtig und gut ist, mich dort eben auch einzubringen, dass das entstehen kann. Genau. Jetzt sind wir in diesem Purpose-Fahrwasser schon eine ganze Weile. Mein Eindruck ist so, wenn ich mich so zurückbesinnere, es wurde ungefähr so vor drei, vier Jahren kam es so richtig an die Oberfläche. Die berühmte Kuh, die durchs Dorf getrieben wird. Die berühmte Kuh, die durchs Dorf getrieben wird und schnell gewinnt man dann natürlich so den Eindruck im Kontext auch einer Marketingaufgabe oder Marketingagentur, dass der Begriff sehr inflationär auftritt. Und dann so schnell so ausglüht, weil auf einmal alle mit Purpose um die Ecke kommen. Sören, was ist für dich Purpose? Ist es vor allen Dingen eine Storyline für Marketing oder wie empfindest du das? Ja, es ist natürlich genau sowohl als auch. Wir haben schon gesagt, das ist natürlich so die Marketing-Sau, die schon durchs Dorf getrieben ist auf der einen Seite. Ich glaube, hier macht es aber Sinn, ein bisschen genauer hinzuschauen. Was meinen wir denn mit Purpose so? Viele nehmen das Thema Purpose wirklich als Marketing-Buzzword und behandeln das auch so. Das heißt, oh, das ist jetzt ein heißes Marketing-Thema. Wir brauchen Purpose. Wir bestellen mal schnell eine Agentur. Machen mal Workshop. Die machen Workshop, wenn es hochkommt. Und wir entscheiden dann im Vorstand oder in der Geschäftsführung, das ist ab jetzt unser Purpose. Was klingt am Geist? Ja, genau. Das ist dann meistens inhaltsleer und auch nicht bedeutsam, weil es einfach nicht connected ist mit dem Unternehmen und auch mit den Menschen im Unternehmen und wirklich nichts Sinnstiftendes darstellt. Und diese Art von Purpose ist dann wirklich so der klassische Marketing-Purpose, mit dem man dann auch in die Außenkommunikation geht und sich dann wundert, oh Wunder, die Konsumenten haben es durchschaut. Und das bringt uns nicht den erhofften Erfolg im Markt. Das ist natürlich keine gute Herangehensweise. Und da entsteht dann auch so dieser inflationäre Gedanke oder auch die Wahrnehmung, die wir heute auch sehr medial sehen. Das heißt, das Thema wird schon für tot erklärt. Aber es ist ja immer so, der Purpose ist tot. Lange lebe der Purpose. Purpose hat eben doch mehr Tiefe und mehr Dimensionen, wenn man es eben richtig macht. Und das heißt eben hier auch eine gewisse Ernsthaftigkeit in das Thema reingibt. Wie behandelt man es? Wo gehört das Thema auch hin im Unternehmen, in der Kommunikation? Und vor allen Dingen, meinen wir das ernst? Ich glaube, das ist so die erste Einstiegsfrage eines Unternehmens, wenn es um Purpose geht. Nehmen wir das Thema ernst und meinen wir das selber ernst mit uns und auch mit dem Purpose? Genau. Und ich glaube, das ist schon mal eine ganz gute Vorlage jetzt genau für diesen Podcast, hier mal näher drauf zu schauen, was braucht es denn, damit ein Purpose wirklich wirksam wird, dass er ehrlich ist, dass er echt ist, dass er zum Unternehmen passt, im Idealfall sogar individuell formuliert ist und nicht einfach mal Copy-Paste, sodass er wirklich seine volle Kraft und Wirkung entfalten kann. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Ich finde eigentlich total witzig, dass die meisten Leute sagen, Purpose ist Tod, weil prinzipiell, wenn man das philosophisch betrachtet und der Mensch ist ja jemand, der nach Sinn und Kohärenz strebt, ist es eigentlich unmöglich, dass man halt sagt, so ein Thema wie Purpose, also Sinn und Zweck unserer eigenen Existenz oder der Existenz von Unternehmen, da unternimmt man ja was, ist Tod, ist schon wieder total witzig. Also das bringt sich selbst schon wieder total durcheinander. Die Frage ist tatsächlich, wie man das halt macht und was das Wichtige ist, wir müssen eine Verbindung zu dem Unternehmen oder zu der Marke oder irgendetwas einnehmen. Das heißt, wir gehen in eine Resonanz. Das macht was mit mir. Wenn ich das kaufe oder konsumiere, dann unterstütze ich das Unternehmen darin oder ich trage das mit Stolz, weil ich weiß, das ist fair produziert oder ich arbeite dort, weil ich weiß, ich kann jeden Tag den Menschen halt helfen und das brauchen die gerade so. Und da kann mir keiner erzählen, wenn man das nicht ordentlich macht, dass es nicht wirkt. Und das ist ja immer die Marketingblase, die die Leute immer sagen. Das funktioniert nie. Also wenn du es so machst, dass ich das weglese und dass mir das scheißegal ist, also ich nicht verbinde damit, dann wirkt es nicht. Na klar. Dann ist es nur Plattitüde. Genau. Und dann ist es auch Purpose Washing im Endeffekt. Aber prinzipiell ist es ein totaler Schwachsinn, weil es ein menschliches, existenzielles Ding ist, einen Sinn zu suchen. Also da höre ich gleich verschiedene Benefits raus, die ein gut entwickelter Purpose, der was mit dem Unternehmen tatsächlich zu tun hat, bieten kann und leistet. Das ergibt die Orientierung für die Mitarbeitenden, aber auch für die Kunden. Ist es ein Unternehmen, was ich unterstütze oder deren Produkte und Leistungen ich konsumiere, ja oder nein? Es ist irgendwie Antrieb und Motivation auch im Unternehmen, nach vorn zu gehen für jeden Einzelnen, für Teams und so weiter. Es gibt einen Zusammenhalt, so würde ich sagen, auch innerhalb der Organisation, weil man so ein übergeordnetes gemeinsames Ziel eben auch verfolgt. Da hängen im Übrigen auch Werte hinten dran. Also der Purpose steht ja nicht allein im luftleeren Raum, sondern da kommen dann noch Werte mit dazu, die das normale Handeln dann auch noch irgendwie in bestimmte Richtungen auch weisen. Er hilft bei Entscheidungen und er kann natürlich diesen berühmten Unterschied machen zum Wettbewerber. Aber Sören, du hast glaube ich noch was. Du bist schon ganz hier tippelig. Also ich glaube so, dass Purpose tatsächlich eben dieses sinnstiftende Element in sich trägt. Und das schafft es dann bei einem gut formulierten, ehrlichen Purpose eben die Marke auch so ein bisschen aus dieser reinen Gewinnmaximierungsdimension herauszuholen und wirklich zu sagen, wir schaffen mehr als nur unseren eigenen Gewinn, sondern wir geben auch der Gesellschaft oder auch den Konsumenten etwas zurück. Dass wir auch klar eine Haltung einnehmen, um anderen was zu tun oder was zurückzugeben. Und das ist ja so ein bisschen das neue Denken auch. Das heißt, Geldströme können in beide Richtungen gehen. Das ist nicht nur, dass die Marke was von den Konsumenten empfängt, sondern eben auch umgekehrt. Die Marke gibt auch was an die Gesellschaft oder an die Welt, an die vielleicht auch Communities zurück. Eben bei einem Thema, was aber auch wiederum ehrlich zum Markenkern passen sollte. Denn sonst macht es keinen Sinn. Und wenn einige Marken meinen, ich muss mich jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und es macht gar keinen Sinn, weil wir produzieren... Ja, dann ist es ein sehr langer Weg, um da diesen Benefit oder das sinnstiftende Element hinzukriegen. Das ist, glaube ich, das ist... Das ist immer in dieser Nachhaltigkeitsdebatte. Also Purpose wird halt häufig auch damit assoziiert, dass man sagt, das muss jetzt irgendwie immer so, wir retten die Welt mäßig sein, aber das muss es ja gar nicht sein. Also es gibt ganz verschiedene Themen auf dieser Welt und Probleme zu lösen. Ein Beispiel könnte ja sein, der Purpose von einem Unternehmen ist, ich möchte, dass sich Schulkinder gesünder ernähren. So, da kann ich jetzt auf der einen Seite die Produkte dafür herstellen, die so gesund sind und die aus nachhaltig hergestellten Obst oder was auch immer hergestellt sind. Ich kann aber genauso gut ein Lieferunternehmen sein, der das einfach nur hinbringt oder ich kann Unterrichtungsmaterialien zur Verfügung stellen, damit man weiß, wie gesunde Ernährung funktioniert. Also es sind drei verschiedene Ebenen, die zahlen aber alle im Grunde genommen auf diesen Purpose ein. Und was ich auch spannend finde bei diesem Thema ist, also Hashtag Marketing Bashing und sowas, wenn man es ernsthaft macht, macht es dich auch resilienter als Unternehmen. Also wenn man jetzt wieder mal dieses Thema, das hat man auch schon häufiger, das Thema der VUCA-Welt nimmt und merkt, dass eben gerade alles sehr, sehr unüberschaulich ist, dass man wenig planen kann, dass alles sehr komplex ist im Unternehmen. Die Menschen sind mental angefasst, all das. Hier kann dir ein Purpose, wenn du den gut platzierst und wenn du den auch benutzt, helfen. Ich kenne ein Unternehmen, Umwelttechnologe, die haben quasi mal mir erzählt, dass der Purpose oder der Sinn und Zweck dazu geführt hat, dass sie das Unternehmen wie ein Safe Space in diesen wilden Zeiten wahrnehmen und dahin gehen, weil die wissen, okay, also wenn ich hier bin, dann mache ich auf alle Fälle viel richtig, weil ich werde durch deren Purpose etwas Gutes tun. Das Unternehmen setzt sich sehr wiederum für die Mitarbeitenden ein und da spielt das eine riesengroße Rolle in der Unternehmenskommunikation und das hilft den Menschen echt in dieser doch wirren Zeit, sage ich jetzt mal so. Also du bist resilienter, die Leute bleiben bei dir, die sind verbundener miteinander, die können davon ausgehen, dass in dem Unternehmen jemand ist, der gleich tickt, dem das auch wichtig ist, also das Miteinander, darüber sagt es schon relativ viel. Es ist wie so ein Kit letztendlich zwischen den Personen und dem Unternehmen der Marke. Also ja, dann merken wir schon diese zwei, ich sag mal, nicht Gegenspieler, sondern Mitspieler von Purpose, Zusammenspieler, danke, wie Purpose halt wirkt. Also einmal auf dieser Außendimension in Richtung der Kunden, aber eben auch vor allen Dingen im Bereich Employer Branding und Bonding, Employee Bonding, eben auch nach innen, hat es auch eine ganz besondere Wirkung. Und wenn ich so mal nach außen schaue, dann fällt mir zumindest als Beispiel mal, also sogar zwei Kampagnen ein, die wir umgesetzt haben. Einmal für einen Kunden, das war damals für Innocent, die ja mit ihren kleinen PET-Flaschen ins deutsche Pfandsystem aufgenommen werden wollten und wo sich genau diese Frage stellte, wie bekommen wir das hin? Und mit der Fragestellung sind sie eben auch zu uns gekommen und wir haben dann diese Kampagnenmechanik entwickelt, dass wir sagen, okay, wir machen eine Petition und laden die Menschen dazu ein, ja, lass deine Unterschrift da, wenn du denkst, dass es wichtig ist, dass eben diese Flaschen und nicht nur die von Innocent, sondern dann alle PET-Flaschen im deutschen Pfandsystem aufgenommen wurden. Und man hat gemerkt, dass diese übergeordnete Idee, wenngleich es jetzt nicht unmittelbar der Purpose von Innocent ist, aber… Purpose-Driven nennt man das ja. Ja, vielleicht ein bisschen Purpose-Driven, genau. Hat dazu geführt, dass die Resonanz auf diese Kampagne sehr groß war und dass wir die eigentlich, glaube ich, 50.000 Unterschriften weit überschritten haben. Und am Ende fast 80.000 zusammengekommen sind in diesem sehr kurzen auch Petitionseinreichungszeitraum und dann merkt man eben im Grunde genommen, dass wenn ein Unternehmen etwas will und ein übergeordnetes Ziel verfolgt, was ich in dem Moment jetzt mit diesem Purpose gleichsetzen möchte, dann zieht das Menschen an. Die machen dann mit, die partizipieren, die stellen sich dahinter, glauben daran und wirken damit. Und ja, die andere Kampagne, die mir natürlich sofort einfällt, ist unsere eigene damals für die Landtagswahl 2019 hier in Sachsen, wo wir gesagt haben, ja, wir wollen auch was dazu beitragen, dass Menschen ihr demokratisches Wahlrecht wahrnehmen, dass sie, ja… Weise entscheiden. Weise entscheiden und dass sie ihre eigene Wahlentscheidung auch nochmal hinterfragen und, ja, da genau hinschauen und wir sind dann mit dieser Idee gekommen, dieses Mural zu malen, diese riesengroße Fassade hier in Dresden und wir hätten nicht damit gerechnet, ehrlicherweise, dass diese Resonanz dann national letzten Endes war. Also wir hatten ja Ausspielungen auf, weiß ich nicht, RTL Online und T-Online und weiß ich nicht was und selbst irgendwo Nachrichten ist es gekommen bei ARD oder ZDF, keine Ahnung, weil das dann irgendwie so den Zeitgeist getroffen hat. Und das war ja auch von uns dann so irgendwie purpose-driven, weil es uns halt wichtig ist, dass wir in diesem politischen System der Demokratie, was wir sehr schätzen, weiterhin leben und dass uns nicht Menschen, die irgendwie anders denken, am Ende irgendwie das Denken verbieten und uns einschränken. Und da hat man auch gemerkt, das kam auch an, da draußen und Menschen haben das publiziert, haben dann bei uns Plakate noch gekauft, die wir noch übrig hatten, haben die sich ins Fenster gehangen und die sieht man heute zum Teil noch in Dresden in der Neustadt hängen, weil die das einfach so, weil das so resoniert. Und nächstes Jahr ist wieder Landtagswahl. Und nächstes Jahr geht es wieder los. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Ich würde gerne auch eine Sache ergänzen, Ron, du hattest es gesagt, ein guter Purpose kann einen Unterschied machen. Ich würde gerne nochmal das Beispiel von Innocent aufgreifen. Das ist ja hier so, dass dann tatsächlich die Aktion, die Kampagne mit Fun für alle einen positiven Abstrahleffekt auf die Marke hat und dann auch im Gedächtnis der Konsumenten. Das heißt eben im Fall, ich habe die Wahl zwischen zwei Saftsorten, in der Zukunft wird man vielleicht dann doch eher positiv gestimmt zu Innocent greifen, weil das eben der entscheidende Unterschied ist. Diese Marke setzt sich ein, die hat dafür gesorgt, dass das Fundsystem stimmiger, schlüssiger wird und Blankspots einfach hier von der Politik dann anders geregelt werden. Und das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass Purpose auch ökonomisch was bewirkt. Denn es ist ja nicht nur la polar, sondern wir machen das ja nicht, weil wir alle große Freunde von Sinn und Haltung sind. Da sind wir. Obacht. Nicht nur von dir. Nein, nein, nein. Jetzt zerbröselt dieser Podcast. Aber da kommt in mir der Kaufmann durch und deswegen finde ich das eben sehr schön, dass einer der größten Benefits tatsächlich auch sich in der ökonomischen Bilanz dann niederschlägt. Und zwar auf positive Art und Weise. Genau, das ist ja das Skurrile letztendlich. Also wenn du es richtig halt machst, dann wirst du auf alle Fälle was davon haben. Ich habe ja schon über die Innendimension auch gesprochen von Purpose, die wahrscheinlich sogar die wirkmächtigere ist. Weil im Unternehmen, da sind einfach die Mitarbeitenden natürlich viel enger auch dran an diesem Thema. Und Blick in eure Richtung. Ich weiß, ihr arbeitet da gerade intensiv an einem Projekt. Kunde können wir nicht nennen, aber gebt mal einen Einblick, wie wirkt da Purpose? Ja, holt mal unsere Hörnden damit ab, was da so passiert. Ich würde in dem Zusammenhang, also aus der Arbeit mit unserem Kunden nochmal auch die kreative Herangehensweise an einen echten Purpose nochmal vielleicht hervorheben. Man ist ja nicht limitiert auf Nachhaltigkeit, Umweltschutz oder so ganz stramme soziale Themen. Der Kunde bewegt sich so im Bereich Finanzen, Versicherung, Vorsorge, was an sich schon ein sehr nischiges Thema ist. Und wir haben in der Analysearbeit und in Interviews und in Workshops herausgefunden, dass deren Leidenschaft und deren tatsächliche Daseinsberechtigung, wofür die morgens aufstehen, ist, die besten Vorsorgesysteme zu kreieren. Und das ist ein so stimmiger Purpose, auf den kommst du nur, wenn du in das Unternehmen reinhorchst und dich wirklich mit den Menschen auseinandersetzt, um, ich sage mal, die Rohdiamanten zu finden. Und da würde ja keiner von extern drauf kommen. Und wir haben das mit denen gemeinsam dann herausgearbeitet und die waren damit so happy. Und insofern ist das was ganz anderes, als man vermuten würde, aber es erfüllt seinen Zweck als Purpose, weil es eben ehrlich ist, es ist transparent und ist vor allen Dingen glaubwürdig. Und das ist ganz wichtig, dass das von einem Purpose erfüllt wird, denn so macht ein Purpose dann auch erst Sinn. Und die Nora kann vielleicht auch nochmal Einblick in die weitere Arbeit geben, was wir dann noch herausgefunden haben. Was meinst du denn? Du meinst was, oder? Ich meine, so ein bisschen noch so die Ebenen, wo wir das zum Ansatz gebracht haben. Du meinst, auf welchen Ebenen ein Purpose im Unternehmen wirken kann, meinst du das? Genau. Okay, genau. Also das Interessante ist ja, es gibt verschiedene, also es gibt erstmal den Unternehmens-Purpose, sage ich jetzt mal so. Das ist das Übergeordnete, was auch mit in ein Leitbild gehört, wozu es eine Vision geben kann, eine Mission, Werte, all das. Wenn ich jetzt aber feststelle, mein Unternehmer ist vielleicht gerade nicht so offen, der hat andere Probleme, gibt ja viele gerade und will das nicht. Und ich bin aber der Meinung, es braucht mein Team jetzt, weil es verbindet und es gibt Orientierung. Und wie gesagt, junge Leute, zieht es ja auch deswegen ins Unternehmen, kann ich das auch auf der Team-Ebene machen. Also ich könnte im Team gemeinsam ein Purpose entwickeln, warum gibt es unser Team und welche Rolle habe ich da drin? Das ist dann nämlich die dritte Ebene. Was ist mein Sinn und Zweck in diesem Team? Wozu braucht es mich, damit wir erfolgreich sind? Und das heißt also, Purpose wirkt zum einen nach außen, das kann sogar in Form von Kampagnen passieren. Es wirkt in der Leitbildarbeit und es kann aber auch teambildend sein, also auch im Sinne von Unternehmensberatung und Kulturschaffen. Und genau das ist dieser Riesenunterschied, dass man sagt, es ist nur Marketing, weil das geht dann nicht mehr. Also wenn du das in die Team-Ebene bringst, wenn du dich mit Leuten unterhältst, warum die da sind, was die anders machen wollen, wofür die einstehen, dann passiert automatisch was mit den Menschen und dann ist es nicht nur dahingeschrieben. Und es muss nicht zwingend in der Außenkommunikation genutzt werden, das war mal ganz wichtig. Es kann auch wirklich auf der Ebene der Markenidentität auf der organisationalen Ebene verbleiben und hier eben viel Positives bewirken. Das ist immer noch eine Unterscheidung oder eine Entscheidung eines Unternehmens, es wirklich bewusst auch für Außenmarketing, Außenkommunikation zu benutzen. Ich glaube, da braucht es dann aber eben nochmal ein bisschen mehr Feinschliff, dass eben die Botschaften auch wirklich dann nochmal identisch und synchron sind zu dem, was der Unternehmens-Purpose tatsächlich dann darstellt. Aber es sind spannende Felder in der Arbeit und wir haben gesehen in dem Projekt, dass es doch wichtig ist, tiefer einzusteigen. Also dass man eben auch die wichtigen Akteure des Unternehmens mit einbezieht und hier eben auch den Aufwand zu betreiben, da reinzukommen, um es wirklich herauszufinden, damit am Ende des Tages wirklich ein gutes Ergebnis herauskommt. Ja und dann bist du genau an dem Punkt, dass du den Purpose entwickelst und dann geht aber dir die Arbeit im Grunde genommen auch weiter, nämlich eben dabei unterstützt oder das Framework baust, dass dieser Purpose auch gelebt wird jeden Tag. Dass Mitarbeiter den nicht nur kennen, sondern auch wissen, was hat das jetzt auf meine eigene Arbeit, auf mein eigenes Team für einen Einfluss und wie kann ich damit letzten Endes jeden Tag auch beitragen, dass wir ein Stück weit näher an dieses Thema herankommen. Und da merkt man natürlich auch, dass das schon ein Stück weit vielschichtig wird, glaube ich, das ist jetzt nicht so eindimensional und das natürlich auch in dieser schon Entwicklung des Purpose oder vielleicht eher eine Freilegung, weil man hat irgendwie ein Purpose, jedes Unternehmen hat irgendwie, naja, weiß nicht, also die meisten, die allermeisten. Naja, ich sag mal so, Sinn und Zweck hat jedes Unternehmen und wenn es nur ist, mehr Geld zu verdienen. Die Frage ist jetzt, wie anziehend ist das und wichtig. Genau, die streichen wir jetzt mal. Kultur hat auch jedes Unternehmen, die Frage ist eben auch, wie anziehend die ist. Total. Aber die Unternehmen, die streichen wir jetzt mal gedanklich kurz von unserer Liste und sagen erstmal genau, jedes Unternehmen hat einen Purpose und manchmal ist er nur unbewusst gelebt und muss freigelegt werden. Und genau hier an der Stelle haben wir so eine Methode entwickelt oder was heißt ja doch eine Methodik, wie wir da rankommen an dieses Thema und wir nennen es die Vier-Dimensionen-Methode, indem wir eben in der Erarbeitung uns vier Stakeholder-Dimensionen oder Ebenen halt anschauen und aus denen gemeinsam heraus dann im Substrat, in der Abmischung eben schauen, was ist der verbindende Satz eben, der das alles verbindet. Und diese Dimension ist halt die Unternehmer-Dimension, sicherlich erstmal natürlich, A ist die logisch und ist sicherlich auch wahrscheinlich erstmal die allerwichtigste. Also was wollte mal der Gründer oder was wollen die aktuellen Inhaber, wo soll es hingehen, was ist sozusagen ihr eigenes Bild von der Welt, an dem sie mitwirken wollen, was wollen sie verbessern. Dann die Mitarbeiter-Dimension, die ist auch wichtig, nämlich was sind die Leute, die dann da sind, jeden Tag die Motivation, die sie auch mitbringen und wie wollen sie auch auf das Unternehmen letzten Endes mit einzahlen. Dann haben wir auch die Kundendimension, also was will der Kunde eigentlich, welches Problem soll gelöst werden und wo nimmt er dann eben das Angebot unseres eigentlichen Kunden auch wahr und in Anspruch, gibt es auch eine Verschränkung. Und dann die übergeordnete ist so die gesellschaftliche Dimension, was passiert da draußen überhaupt in dieser Welt, was sind so diese großen Trends und Strömungen unserer Zeit und wie sortiere ich mich als Unternehmen da ein. Mache ich da mit, mache ich da nicht mit, unterstütze ich da ja was oder arbeite auch irgendwo gegen, das sind auch letzten Endes Ebenen, die in dem Purpose eine Rolle spielen können. Und das ist quasi, was wir in dieser Vier-Dimensionen-Methode eben auch abbilden und wo wir unterschiedlichste auch dann, ich sag mal, Anwendungsmethoden auf den jeweils einzelnen Ebenen haben, um dort eben zu des Pudelskern durchzustechen. Und die schönste Variante, und das ist quasi jetzt auch schon so eine Drehung wieder zum Anfang von dem Podcast, ist, wie man das auch macht, also wie man diesen Purpose entwickelt und wie man mit den Leuten da reingeht. Und wir machen es natürlich immer ko-kreativ, also es sei denn, man ist jetzt ein Einzelunternehmer oder man ist eben ein Visionär und geht mit etwas raus, dann ist das vielleicht noch ein bisschen eine andere Sache, dann ist es eher so ein Coaching-Thema. Aber wenn du jetzt mit einem Unternehmen, mit Führungskräften arbeitest und du im Nachgang so ein Purpose eben entwickelst, dann ko-kreativ, gemeinsam mit einem Konsens. Und wir haben das jetzt schon mehrfach gemacht mit der Methodik vom Loop-Approach, also wir selber haben das quasi durch unsere Organisation gebracht und haben jetzt auch mit mehreren Kunden schon daran gearbeitet. Und das ist natürlich das Purpose-Turnier. Und beim Purpose-Turnier geht es darum, dass man immer bei sich selber anfängt, also man selber überlegt, was glaube ich, was der Sinn und Zweck von diesem Unternehmen ist und das dann immer wieder ko-kreativ mit anderen spiegelt, guckt, was hat der andere da drin, was ich noch wichtig finde. So ein iterativer Prozess, wo man quasi von sich selber über, keine Ahnung, es können an dem Purpose-Turnier, können irgendwie 20 Leute teilnehmen, dann am Ende beim Substrat von einer Aussage landet. Funktioniert super. Wie gesagt, wir haben es schon ganz oft gemacht und wer das mal ausprobieren will, ist in dem Buch The Loop-Approach total gut beschrieben. Genau, dazu haben wir auch schon eine eigene Podcast-Sendung im Übrigen gemacht. Ah ja, zu unserem eigenen Loop-Approach. Zu unserem eigenen Loop-Approach, auch da haben wir schon mal darüber so ein bisschen gesprochen. Ja, den kann ich nur empfehlen. Guckt einfach mal in unserer Playlist, da werdet ihr den finden und könnt da auch nochmal hin zurückspringen. Genau, Sören, du, ich merke... Ja, nur ganz kurz mal, weil wir es ja auch selber schon gemacht haben beim Purpose-Turnier so schön ist und warum es so gut funktioniert, ist ja auch, dass es nach einem Konsensprinzip funktioniert. Und man von einer Einzelmeinung in eine verdichtete Gruppenmeinung und dann in eine Kollektivmeinung kommt. Und das Ganze somit schon den charmanten Vorteil hat, dass es tragfähig ist. Und es tut nicht weh, man diskutiert nicht böse und so. Es ist eine schöne Methode, wirklich. Ja, wirklich empfehlenswert. Dahinter liegt die Methode One, Two for All. Das ist quasi die eigentliche Methodik dahinter, die dann hier im Prinzip nur in der Anwendung kommt vom Purpose-Turnier. Also ich mache mir alleine Gedanken, wir machen uns zu zweit Gedanken, wir machen uns zu viert Gedanken und dann kann man auch nochmal zu 80 Gedanken machen oder eben dann schon zu allen sprechen. Und in dieser Iterationsschleife oder in diesen Schleifen entsteht quasi was immer Größeres und es wird halt immer mehr angereichert. Und es spüren sich so diese Einzelfaktoren raus und es kommt immer mehr vom Kollektiv hinzu. Und wie gesagt, man kann das auch mal einfach nur für sein Team machen, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, mit meinem Chef zu sprechen und das jetzt für mein Unternehmen zu entwickeln. Wenn man aber sagt, ich will aber, dass mein Team besser zusammenhält und dass wir irgendwie wieder Verbindung miteinander haben. Was weiß ich, durch Homeoffice habe ich das Gefühl, ich sehe die wirklich nur noch in rationalen Meetings. Ja, dann probiert es einfach mal aus. Ihr könnt uns auch gerne mal davon berichten, wie es funktioniert oder ihr ruft uns an und wir helfen euch, das mal auszuprobieren. Weil das ist wirklich wirksam. Das war ja schon das Plädoyer, das war ja schon fast wie ein Schlusswort, Nora. Ja, also ich glaube, wir haben das Thema gut gefasst heute. Wir brennen dafür. Wir können euch da auf verschiedenen Ebenen helfen, sowohl in der Erarbeitung oder Freilegung eures Purpose, in der Implementierung, in der Organisation, also das tägliche Tun und Denken auch zu beeinflussen durch den Purpose. Oder in der Visualisierung. Oder in der Visualisierung, gutes Thema. Und last but not least eben das Thema Kommunikation, da kommt die Visualisierung vielleicht auch mit rein. Also das nach außen tragen. Nach außen meint dann an erstmal die Organisation selbst, aber natürlich auch an die Menschen da draußen, mit denen Organisationen und Unternehmen ja so jeden Tag in Verbindung stehen. Und ich glaube, wir sind nicht die Richtigen für den Marketing Purpose Shortcut. Da würden wir auch von abraten, weil er eben tatsächlich nicht funktioniert. Und dass er eben zu Recht inflationär und als Buzzword eben heute abgestempelt ist. Und insofern, denke ich, ist klar geworden, dass wir Fans von einer gut strukturierten Vorgehensweise sind, die nachher am Ende des Tages wirklich was bewirken kann. Dann lade ich euch jetzt ein. Geht einfach auch nochmal auf unsere Website chromatics.de forward slash Purpose. Dort haben wir auch nochmal einiges zum Thema und unserer Arbeitsweise zusammengefasst. Und wir würden uns freuen, wenn wir von dir, von euch hören, wie ihr mit dem Thema umgeht. Und wie wir euch gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle helfen können. Vielen Dank für dein Zuhören. Das waren heute Sören, Nora und Ron vom Chromatics Playground Podcast live aus Dresden. Ciao und bis bald. Tschüss. Tschüss.